Hi, ich bin Per Eggers und ich habe heute aber sowas von cooles, unnützes Wissen für Sie. Das müssen Sie unbedingt im Büro jetzt mal nachprobieren. Und zwar, Sie kennen doch den typischen High Five. Robert, High Five. So, der sieht immer peinlich aus, wenn der nicht funktioniert. Hier kommt der absolut ultimative Tipp. Ein High Five funktioniert immer dann, wenn man auf den Ellenbogen des Kollegen schaut. Robert, nochmal, nochmal, andere Hand. Immer auf den Ellenbogen. Jeder High Five klappt. Ausprobieren mit den Kollegen und dann posten, ob es geklappt hat. Viel Spaß.